Wir müssen heute alle Schlüssel finden. Jedoch gibt es eine Katze, die uns davon abhalten möchte. Können wir es schaffen, alle Türen zu öffnen und zum geheimen Raum zu kommen? Los geht's! Guck dir die ganzen Mäuse an, wie das aussieht. Wir sind einfach selber Mäuse. Wir sind nämlich gerade im Mauseloch. Guck mal, ich bin auch eine Maus. Alter, warte, ich will auch eine sein. Zack, die nehme ich hier. Komm, wir gehen los. Warte mal, ihr müsst jetzt den roten Schlüssel nehmen, oder was? Ja, den nimmst du und jetzt komm mal mit hier. Wir müssen nämlich aufpassen, meine Katze, meine Katze Gary. Oh Gott, da ist sie! Die ist nämlich, komm, schnell hier! Die ist ja richtig groß, die ist ja richtig wütend. Mit dem roten Schlüssel, ja, ja, die ist nicht... Guck mal, der frisst die Mäuse auf! Alter! Hier, schnell rein, hier rein, hier rein. Hier müssen wir reingehen? Genau, genau, ins rote Loch hier. Oh, und dann können wir jetzt hier durchgehen und in den nächsten Raum gehen, ne? Ja, jetzt geht's weiter hier und wo geht's jetzt hin? Ich glaube, wir müssen jetzt hier an der richtig dicken Maus vorbei. Oh mein Gott, du hast recht. Aber die darf uns nicht killen, ne? Ich weiß, ich weiß, die macht gerade Moonwalk. Ich gehe gerade links. Oh, vorsichtig. Oh Gott, oh Gott, ich glaube, die tanzt da gerade und will uns jetzt gleich... Die sieht gruselig aus. Die ist voll eklig, die ist voll eklig. Die lacht so ganz komisch. Guck mal, hier ist der orangen Schlüssel. Hätte man das berühren dürfen, diesen Strich? Ich weiß es nicht genau, ich glaube, lieber nicht. Lieber nicht, will ich auch nicht ausprobieren. Also, du weißt, der orangen Schlüssel, der muss natürlich auch ins orangen Schlüssel laufen. Ey, hä, ich bin... Was los? Bist du auch wieder hier neben mir? Ja, ja. Wir sind doch am Anfang oder nicht? Ja, ja, wir spawnen immer wieder hier am Anfang rein. Ah, okay. Und jetzt müssen wir aufpassen auf die Katze und das orangene Schlüsselloch finden. Ich sehe doch, das sehe ich doch da drüben schon. Ah, es gibt zwei verschiedene. Okay, es gibt zwei verschiedene. Ach, und dann... Es gibt nicht nur zwei verschiedene, es gibt ganz viele verschiedene. Da rechts ist es, rechts hinten. Rechts hinten. Ja, wir haben doch zwei. Oh, das ist das gelbes. Gelbes, Mann. Das ist ein gelbes. Ah. Kannst du die Farben überhaupt sehen? Wir müssen den orangen. Oh Gott, die Katze kommt auf mich. Die Katze kommt auf mich. Ja, du kannst dich zur Not, kannst du dich auch im Mauseloch verstecken hier. Ah. Was ist los? Die Katze. Lauf. Was machst du? Sieh zu, was machst du denn? Ja, ich dachte erst, gelb ist das Richtige. Ey, jetzt muss ich mir orange wiederholen. Ja, jetzt musst du das nochmal machen von vorne. Ey, aber das Ding ist, die Katze hat ja auch mich verfolgt nicht dicht. Du hast ja... Du hast ja... Habe ich schon ausprobiert. Ich habe es schon mal gespielt. Na gut, warte. Ich hole ganz kurz hier den Orangenschüssel. Ja, mach mal. So, ich habe meinen Orangenschüssel wieder, du Doofberger. Ja, wo bist du denn jetzt? Ja, ich glaube, jetzt kannst du ja gerade zur Orangenschüssel. Ja, hier bin ich. Hier bin ich. So, dann komm mal mit hier und dann müssen wir hier jetzt ins Orangenschoss auch rein. Schaffe ich auch. Easy, easy. So, zack, aufgeschlossen. Mauseloch ist freigeschaltet. Komm mal rein hier. Okay, jetzt musst du ja so eine Obby machen wieder. Oh mein Gott, okay. Du darfst halt echt nicht drauf gehen. Oh Gott. Das ist ja was für dich, ne? Das ist ja echt was für dich. Das ist ja echt was für mich. Aber ich sage dir, ich bin... Wow, der ist gerade gestorben. Das Verrückte ist, wenn man da jetzt drauf... Alter. Oh mein Gott. Man ist ja gar nicht... Man ist ja Dingens. Ja, ja, man ist nicht unsichtbar. Deswegen darf immer nur einer das machen sozusagen. Alter, die sollen wir abhauen jetzt hier. Alter, sind alle runtergefallen. Oh nein. Du auch? Nein, nein, ich nicht. Und hier liegt der gelbe Schlüssel. Jahu. Ich habe ihn. Sehr gut, so zack. Gelber Schlüssel am Start. Komm rüber hier, komm. So. Okay, ich habe auch den gelben Schlüssel. Okay, sehr, sehr gut. Wir gehen wieder zurück nach Hause. Und jetzt können wir den... Ich weiß auch, wo wir den gelben Schlüssel verwenden müssen. Ja, jetzt ist ja klar, dass du es weißt. Du warst da ja eben gefühlt schon. Lass rechts lang. Lass rechts lang, oder? Die Katze ist da. Ja, okay, lass rechts rum gehen. Ist ja auch in den... Warum sind hier so Hunden-Napfdinger? Sind hier noch Hunde? Sag mal, du siehst doch, dass die Katze viel zu groß ist. Ja, aber die Katze hat viel zu großen Nappen. Wir sind halt voll klein. Oh, da ist auch noch ein grünes Loch. Lila, nass. Ja, es gibt auch einige Farben, die wir machen müssen. Es gibt auch einige Farben. Okay, ich verstehe. Das war echt sehr, sehr groß. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir am Ende müssen wir sowas hochklettern. Und wenn man da runterfällt, dann brauchst du den letzten Schlüssel. Wenn du da runterfällst, dann bist du einfach... Boah, okay, das ist halt richtig crazy. So, dann jetzt hier, zack rein. Und... Okay, so, wieder eine Obby. Oh nein. Okay, aber die sind ja eigentlich ziemlich easy, würde ich sagen. So, hier. Ja, wenn da nicht Leute kommen und mich blockieren, dann geht das ja. Oh, wow. Das war ein krasses Punkt. Okay, hier rüber. Hier rüber. Und hier sitzt der grüne Schlüssel. Ja, bei mir hängst du noch. So, okay, ich bin auch. Ich bin auch, ich bin auch den grünen Schlüssel. Sehr gut. So, den grünen Schlüssel. Ich weiß auch schon, wo der hin muss. Der muss, glaube ich, da hinten. Siehst du, das Mauselloch auf der anderen Seite. Wir müssen hochgehen. Nee, nee, ich glaube nämlich jetzt noch nicht. Ich glaube, wir müssen das Mauselloch auf der anderen Seite hier. Ich glaube, da hast du die grüne Tür drin verschleckt. Auf der anderen Seite? Hier bei mir. Wo bist du? Ja, aber da oben ist doch ein grüner Schlüssel. Wo ist ein grünes Schloss? Hast du, wo hast du ein grünes Schloss gesehen? Ja, ja. Da oben hochklettern oder was? Ja, da oben ist ein grünes Schloss. Nee, stimmt. Hier ist nichts. Ja, dann hast du recht gehabt. Sorry. Also echt. Du Katzen-Experte. Ja, was? Ist ja so. Bist du hier jetzt hier? Okay, sehr gut. Ja, ja, ja. Wir sind denn so schnell da hingekommen? Ja, ich bin links lang. Du bist ja voll rechts außen voll den Umweg gelaufen. Gar nicht. Ich bin noch gleichzeitig da. Sonst kriegst du Falschschaden. Dann gehst du auch drauf. Nee, ich will nicht drauf gehen. Steht hier irgendwas? Zu tun, Liste. Kauf mir mehr Katzenfutter. Hol dir einen neuen Stuhl aus Jordanien. Entwicklerspiel auf... Was? Hausaufgaben erledigen. No, ich hasse Hausaufgaben. Guck mal hier. Hier steht Sass. Hausaufgaben. Hier steht Sass. Ja, moin. Aus Among Us. Warte mal. Und hier ist, glaube ich... Ja, guck mal. Hier ist noch ein weißer Schlüssel. Den brauchen wir nachher, um zu entkommen. Oh, warte mal. Hier in der Tasse ist der. Stimmt. Den nehme ich dann auf jeden Fall direkt mit. Aber dafür müssen wir erst alle anderen Schlüssellöcher öffnen. Also, dann lass mal hier die Tasse nutzen. Bisschen schwieriger hier. Bisschen schwieriger. Jetzt sagst du, wenn du jetzt runterfällst, dann war es das mit dir, ne? Ich falle nicht runter. Dann musst du alle Schlüssele nochmal neu machen. Ich bin doch kein Amateur. Mit wem redest du denn hier? Also, hier grün machen wir auf. Gehen wir rein. Ha, ich wusste, dass man da durch muss. Oh, nein. Wo denkst du, wo ist man sonst... Oh, nein. Hier ist auch eine Maus im Labyrinth, ne? Eine Maus. Hier ist eine Sackgasse. Wo läufst du lang? Wo läufst du lang? Ich bin hinter dir. Ich bin hinter dir. Guck mal links, rechts. Hier muss es irgendwo einen Ausgang geben. Ich glaube, hier... Ich denke, der wird weit hinten sein, ne? Ja, hier hinten. Da steht was. Käse, Mäuse. Käse und Mäuse. Oh, oh. Nee, Katze und Maus. Ich weiß. Katze und Maus. Aber warte mal, wenn hier Schrift ist, sonst hast du schon mal korrekt... Ah, da ist sie. Die lauft zurück. Wo denn? Die ist schneller als ich. Alter. Oh, mein Gott, die killt mich. Nein. Hilfe, nein. Nein, 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 nein. Die lag bei mir. Ich komm, ich komm, ich komm, ich komm. Die lag bei mir. Du lagst bei mir auch, du lagst bei mir auch. Ich lauf weiter, ich lauf weiter. Hä, wo bin ich? Oh, mein Gott, wir wurden resettet. Die hat es geholt. Wir sind nicht draufgegangen. Wir sind nicht komplett draufgegangen. Okay, okay. Dann lass mal rechts rum gehen, ist wahr? Hier lang ist der Weg. Ja, ich glaub, rechts rum war besser. Hä, das war aber voll wack. Die hab ich gar nicht gesehen. Auf einmal lag das voll. Äh, ich glaub, rechts rum ist schlau. Sackgasse. Nein, okay, ich hab's gedrinkt. Nein, hi, hi. Okay, warte mal, dann gehen wir hier lang. Aber ich glaub, rechts rum ist generell schlau. Wir können uns also... Ja, ja. Hier ist die Schrift wieder, da müssen wir lang. Sicher? Bist du dir sicher? Ja, ja. Oh mein Gott, ich höre die Katze. Nein, ich bin in der ultimativen Sackgasse gelandet. Ich höre die Katze rumlaufen. Wo bist du denn? Ja, 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 ja. Ich hab mich rechts orientiert bei dem... Oh nein. Jetzt muss ich wieder links laufen. Wo bin ich denn jetzt lang? Hier steht was kalt. Ah, die Katze ist bei mir. Dann ist das bestimmt der falsche Weg hier. Die Katze ist bei mir, die Katze ist bei mir. Ich glaub, jetzt hier lang. Ja, das ist gut. Dann ist sie nicht bei mir. Ich glaub, jetzt hier lang. Oh mein Gott, das sieht gut aus. Ich glaub, ich bin richtig hier. Also ich bin jetzt echt in so einem richtig... Hier steht kalt. Ja, hier ist der Ausgang. Ja, kalt ist richtig, kalt ist richtig. Und dann muss man da laufen, oder was? Nach Gefühl, nach Gefühl. Und dann rechts rum weiter, oder was? Ja, 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 ich komm dir wieder ein bisschen entgegen. Dann müsstest du hier gleich kommen. Ah! Ja, da bist du. Sehr gut. Und der blaue Schlüssel, der blaue Schlüssel liegt auch hier vorne. Ehrlich? Okay, warte mal. Du musst wirklich einsammeln. Da hier links. Okay, sehr gut. Die Katze, die haben wir gedingen. Du hast es. Ja, der war aber anders abgangen. Okay, sehr gut. Aber weißt du, was das jetzt das Problem ist? Ich hab die blaue Tür eben schon gesehen. Die ist nämlich auf dem Regal, wo wir eben hochgeliefert sind. Und zwar ganz oben. Und da muss man erst mal hinkommen. Aber das Ding ist, ich hab halt auch noch so eine lila Tür gesehen, ne? Ja, ich glaube, die kommt nach dem blauen. Oha! Okay, du läufst jetzt links rum. Ich glaube, wir sind jetzt rechts rum. Ja, ja, ich glaube, links rum ist hier in diesem Fall schlauer, weil die da festhängt, die Katze. Die ist viel zu blöd, weil Katzen blöd sind. Ja, aber ich bin noch schneller an dem Ding dran. Das war so von dir da lang zu laufen. Wieso hat die Katze sich gerade hingelegt? Wieso genau gleich schnell? Was willst du denn? Voll gleich schnell. Du bist gleich unten, wenn ich schon oben bin. Hau es da rein. Wahrscheinlich bist du schon oben. Ja, ich bin jetzt oben. Ja, ich bin auch jetzt oben. Hat sich die Liste geändert? Nee, nee, wir müssen noch dieselben Dinge erledigen. Wir müssen da jetzt hochklettern auf die zweite Etage, glaube ich. Ja, ich sehe auch so. Da musst du auf jeden Fall mega aufpassen, dass man nicht runterfällt, ne? Da muss man mega aufpassen. Ach, wir fallen schon nicht runter. Du lagst voll bei mir. Nee, ich bin der Optimal hier unterwegs, ne? Ich bin der Katze. Warte mal. Hey, du stehst bei mir auf der Stelle. Was machst du denn? Wo bist du? Okay, ich bin jetzt auf so Büchern. Oh Gott. Okay, ich bin auf der zweiten Etage. Und hier soll jetzt anscheinend eine blaue Tür sein, oder was? Ja, die muss hier irgendwo zwischen sein. Zwischen den Büchern oder sowas. Gucken wir mal ganz kurz. Es kann auch sein, dass die hier nicht ist. Oh nee, wir können hier hochklettern. Okay, ich bin jetzt ganz oben, aber ich sehe hier keine blaue Tür. Was für eine Tür ist denn da? Ist da irgendeine andere Tür? Äh, oh Gott, das kann... Oh mein Gott, ich bin da fast runtergefallen. Ist da überhaupt eine Tür, oder was? Ich muss da gar nicht hin. Da ist die Lieder der Tür. Das ist falsch, das ist falsch. Die blaue Tür muss woanders sein. Die muss woanders sein. Die ist hier nicht oben, die ist hier nicht oben. Oh mein Gott. Ja, ich weiß. Wo könnte denn die blaue sein? Haben wir irgendwas übersehen? Ich glaube, dass die in einem Mauseloch drin ist. Die muss in einem dieser Mauseloch drin sein. Ja, ja, ich glaube, die ist da drin. Nein, die ist hier. Wo? Yo. Lol. Aber ich habe Angst, da rüber zu springen. Waaah, Geronimo. Oh mein Gott, okay, ich habe ein bisschen Scham gegeben, aber das ist nicht schlimm. Ich habe keinen Scham bekommen. So, blauer Schlüssel, hier rein damit, auf geht's und... Aber guck mal, du hast mir gerade aufgemacht. Ach was, ihr habt ja aufgemacht? Ja, ja, oh nein. Oh nein, gut zu... Oh nein. Das ist wie bei Kateschis Castle. Schwung. Oh Gott. Ich bin gestorben. Spreng, 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 spreng. Ich beeile mich so schnell nicht kommen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Pass auf, du musst jetzt hoch. Ah, ja, ich habe ihn ausgetrickt, den roten Laser. Ja, ja. Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Siehst du, wo ich bin? Hier hinten. Ja, ja, du bist was am Ende, du bist was am Ende. Oh, wir müssten das nochmal machen. Nochmal so ein roter Laser. Oh, ich komme auch. Oh, hier ist ein Fragezeichen. Was soll das hier für ein Fragezeichen sein? Hä? Was ist das denn? Was? Was ist das denn? Das ist für ein Geheimgang. Hä? Den du hier entdeckt hast. Okay, irgendeinen Geheimgang, aber kriegen wir dafür irgendwo den Schlüssel? Ich glaube, wir müssen hier den Schlüssel jetzt hier holen. Ich glaube, das war lila oder so. Oh, Mann, weil du im Weg bist. Gar nicht, weil du im Weg. Mann, jetzt geh doch mal weg da. Hau ab jetzt hier. Ich bin der Obi-Kin. Ja, ja, ja. Siehst du, wie ich hier alles hole? Ach, gar nichts tust du hier. Oh, Gott, Gott. Ich habe auch den geheimen Raum entdeckt. So, warte mal. Hier ist ein Knopf oder sowas. Kann ich hier drauf drücken? Kann ich da drauf drücken? Hier, der lila in den Schlüssel. Hier ist er für die Tür ganz oben. Aber was ist denn dieses Fragezeichen? Das weiß ich auch nicht. Das muss irgendwo ein Easter Egg sein oder sowas. Das können wir nicht. Irgendwo muss ein grauer Schlüssel sein, den wir finden müssen. Ach, das war doch blau. Das war nicht blau, das war grau. Ja, gut. Okay, wir können ja zur Not immer noch in die blaue Tür reingehen. So, jetzt haben wir den lila in den Schlüssel. Jetzt weißt du, wo wir hin müssen? Wir müssen nach ganz oben beim Bücherregal. Das ist gefährlich. Das ist ganz, ganz gefährlich. Ich weiß. Ich habe es eben schon fast geschafft. Aber es war echt gefährlich. Ich frage mich auch, was da dann am Ende kommt. Ob da noch was kommt oder sowas. Guck mal, hat die auch noch so Schließe Kurs 4 oder 1 ab? Nein, nein, das ist sozusagen, wir müssen alle Schlüssel finden und dann können wir weiter ins nächste Level. Das ist Top 2. Also, das heißt, wenn ihr zwei Parts sehen wollt, lasst auf jeden Fall mal ein Like. Oh, dann lasst auf jeden Fall einen dicken Daumen oben da, Leute. Jetzt, pass auf, jetzt werde ich hier schön mir die lila in die Tür holen. Ey, wir sind aber die coolsten Katzen. Das sind nämlich voll an dieses eine Katzenspieler, das wir gespielt haben mit Tom und Jerry oder sowas. Ja, ja, stimmt, stimmt, stimmt. Das kann man auch eigentlich mal wieder zocken. Kitty, Kitty. Kitty, nee, nicht Kitty, nicht ein Robloch-Spiel. Wir hatten so ein anderes Spiel mal gespielt. Ach, das, das hat richtig Spaß gemacht. Das kann man eigentlich auch mal wieder machen. Ja, stimmt, das war echt lustig. So, jetzt hier schön vorbeilaufen. Ey, bitte, ich darf jetzt nicht runterfallen, aber zur Not, es muss ja nur einer schaffen. Theoretisch von uns. Ja, ja, genau. So. Weck da, ey, du springst doch nicht rauf hier. Du nutzt wieder meinen Kopf hier als Sprungschanze. Ich hab mich kurz genutzt, ja, ja. Man nutzt, was man kriegen kann. Oh Gott, aber noch ist alles machbar. Du musst schon immer auch richtig. Alles, alles im Lot, auf jeden Fall. Ja, hier, ran springen, so, zack. Aua, wieso hängt meine Maus jetzt hier fest? Ach, Mann, ey. Bist du runtergefallen, oder was? Ja, aber nur ein, halb zu wild. Bin ich aber eben auch runtergefallen. Man darf da nicht springen. Ey, du kannst einfach auf die Bücher raufklettern, Bro. Oh, guck mal, wo ich hier bin, hier oben. Ach, das hast du einen Leitern? Ey, du kannst einfach da hochklettern auf die Bücher. Was machst du denn? Ja, wie denn? Einfach hier an die Seite einmal und dann hier hochklettern. Hier bei denen, die so schräg liegen. Was hab ich gemacht, dann bin ich runtergefallen, deswegen. Die so schräg liegen. Einfach jetzt gegenlaufen. Jetzt, jetzt hast du es. Okay, geil, okay, dann lass mal. Und jetzt können wir hier einfach mal reingehen. Ja. Und? Mach auf! Das geht nicht. Jetzt, okay. Oh, was ist denn das? Das Universum! Was ist denn? Wir haben es geschafft, den Hauptkurs! Was geht hier ab? Das sieht richtig crazy aus. Was ist jetzt am Ende? Guck mal, wir können mit der Maus reden dahinten. Oh, was passiert hier? Wir werden ganz schwindelig. Wozu haben wir den weißen Schlüssel überhaupt? Gute Frage. Den brauchen wir safe gleich dazu. Hallo, Mr. Ratte. Greetings. Wo bin ich? Wo bin ich hier gelandet? Ey, ich kann nicht mit dem reden, weil du jetzt gerade mit dem redest. Ist das das Ende, frage ich jetzt gerade hier so. Ist das das Ende? Er sagt, noch nicht, aber es wird noch mehr in Zukunft kommen. Also, was kommt als nächstes? Er sagt, äh... Ey, oh mein Gott, ich wurde gekekt! Genau. Er sagt, nein, wir müssen jetzt hier hinterher reinspringen. Ah, ja, ich hab's geschafft. Dadurch wurde ich gekekt. Oh mein Gott, selbst. Wir haben es einfach geschafft, Brox. So sehr schön! Das war's auf jeden Fall gewesen, meine Freunde. Wenn ihr von der Meldung sind möchtet, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Checkt euch beim Videos aus. Haut rein, bis morgen. Ciao, ciao! Bis zum nächsten Mal! Und wir gehen!